Willkommen zu Let's Play Together Minecraft zurück, mit dem neuen Textur-Unpack von Honeyball. Ich hab das für die 164 runtergeladen. Und ja, was willst du? Guck mal, die Treppe. Oh ja, danke sehr. Ein Schlag. Komm. Ach ja, PvP ist aus. Okay. Trolloloi. Ist der Thema, muss ich jetzt reden? Ja, müsste sein. Okay, ich geh's mal auf. Und du musst lauter reden, ne? Vergess es nicht. Ja. Ja, wir haben das Honeyball-Texturen-Paket drin. Beziehungsweise ich. Ich. Beziehungsweise er, beziehungsweise er, er ist. Beziehungsweise etwas. Serve this. Ja, und. So, jetzt kann ich dich beleidigen. Du bist mein Armbrecher. Du gehörst nicht hierhin. Naja, ich hab meine gerechte Strafe bekommen. Ja, er hat sich auch seinen linken Arm gebrochen. Ne, sein Handgelenk. Ich hab mir auch mein linkes Handgelenk gebrochen. Nicht mein Arm. Guck. Gott wollte die gleiche Bestrafung haben. Tut immer noch nicht. Scheiß Timbermatt. Ja, ich hab das reingetan. Ja, da müssen wir halt ohne. Ist auch. Ne, ist auch normal. Dann guck ich später nochmal einmal. Alter, warum warum fahren immer neben unsere Straße so scheiß Idioten? Boah. Hasse ich so Leute. Sie mögen dich. Sie wollen deine Aufnahme spüren. Immer. Wirklich. Immer. Verarschen. Was läuft? Es fährt da noch ein Auto vorbei. Ja, und? Hört immer die Sachen offen, die Autos haben. Ich verstehe es nicht. Nicht offen. Und es wird Nacht. Weißt du was? Ich hab... Oh nein. 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 Ich hab kein Craven Terminal drin. Und das bedeutet... Ich kann keine Schäden reinmachen. Ha ha. Boah, Alter. Wie hoch denn noch? Na, keine Ahnung. So ungefähr auf... Na, noch ein höher oder so. Bac, bac. Nein. Ach so, dann mach's grad nicht. Willst du Holz? Brauchst du Holz? Nee, ich brauch grad kein Holz. Da liegt noch ein Stack. Hier liegt noch ein Stack. Ich hab selber ganz viel. Na, wenn nicht, dann krieg ich den Stack. Ist mir auch egal. Ich mag das Honeyball von Anfang an schon. Weil das ist so smooth. Smooth. Und ich kann's jetzt auch ohne Legs spielen. Früher lief das immer mit Legs. Oh, meine Kraft. Meine Kraft. Und warum ich das noch hab? Wegen dem Schwert. Also das sieht unten so schön aus. Und ich entschuldige mich für diese zwei Folgen, die da mit der Task gleichste so scheiße waren, weil... Ja, da ist irgendwas mit meinem Aufnahmeprogramm falsch. Und... Oh, jetzt ist der Weg fertig. Jetzt könnten wir halt noch ein bisschen weiter nach da hinbauen. So, ja. Ist alles fertig. So. Jetzt können wir... Nein, halt noch nicht. Noch ist noch... Hinter dir! Ganz gelegt. Das hat mich ange... Das hat mich angegriffen. Klopp. Klopp. Ja. Minecraft. Meine Kraft. Geil. Und jetzt seht ihr auch mal, wie viel Gravel hier auf dem Berg ist. Du siehst... Blub. 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 So. Jetzt einfach mal weiter am Haus bauen. So. Ja, Auto ist gut. Du brauchst deine Aufmerksamkeit. Du brauchst deine Aufmerksamkeit. hier unten durch. Ja. Ja, man kann hier unten durch. Gut. Hier ist mein Zimmer. Damit du es weißt. Da... Da in der Ecke ist meine. Ja, das habe ich schon gesehen. Mein kleines Zimmer. So. Hast du dir Werkmarrn abgebaut? Was? Du hast dir Werkmarrn abgebaut. Ach so, ja. Ach so, ja. Ja. Hupst, da schmeiß ich eine Treppe groß. Böser dennis? Du warst böse. Ja, was haben wir getan? Du hast mich... Wolltest mich einmal kennen. In der alten Welt. In der alten Welt. In der alten Welt. Nach der Aufnahme. Ach so, das meinst du? Ich weiß nicht, wie das weit gehen soll. Ja, ich auch nicht. Ist gut! Ach so, hier ist keine Autobahn. Nein. Oh, schade. Mein Güte. Du hast nichts ausgeleuchtet. Super, danke. Super, danke. Soll ich dir vielleicht hier in dir helfen? Und die Zwischenetage bauen? Hä? Soll ich dir Zwischenetage bauen? Äh, ich müsste halt noch hier ein Hoch machen. Ja, ein Hoch noch. Hab ich gar nicht mehr. Oder war... Ja, ein Hoch. Ich muss noch ein Höher. Ah, es muss ein Höher, weil ich will hier so ein Balkon raus machen. Genau hier am Eingang. Sorry, Deutsch. Was? Justin ist... Produktiv! Ein Wunder ist geschehen. Ist da noch jemand da? Äh, ne. Ach so. Warum? Ach so. Hab nur gefragt, ob noch jemand da ist. Nein, beim Sinne nicht. Ich mein jetzt generell, ob noch jemand da ist. Bei mir zu Hause? Nein, ich meine dich jetzt. Ach so, im Zimmer. Ja, nein. Dich meine ich, weil ich gar nichts gehört habe. Ach so. Und sonst redest du immer ins Eins durch. Ins Eins durch? Ja. In Eins durch. In Eins durch. In Eins durch. In Etwas durch. Ja, okay. Jetzt kann ich Zwischenetage bauen. So, und jetzt? Und du musst auch die Treppen bemerken, ne? Bemerken. Welche Treppen? Ja, die nach oben führen. Ich hab da keine gesehen. Da fängt das wieder an. Bist du eigentlich blöd? Ja, kann sein. Nicht nur kann sein, du bist blöd. Ja, okay. Stimmt auch wieder. Hey. Ist Timbermuth jetzt drauf? Ne, bei mir ist jetzt Timbermuth auch weg. Ja, voll verpackt. Ah, egal. Oldschool ist besser. Bestimmt. Oldschool ist wirklich besser. Die Autos von früher waren auch immer besser. Für das Dach kümmere ich mich. Okay. Ich mach auch die Zwischenetage. Ja, na. Und die Winde könntest du dann auch machen. Okay, das kann ich auch machen. Weil das Dach... Das Dächer könnte alle nicht bauen. Dennis macht gerne Dächer. Ich mach gerne Dächer. Ja, das muss man wissen. Rage Game. Minecraft wird nicht zum Sandbox Game. Es wird zum Rage Game. Scheiß! Wenn man dann seine Arbeit wegnimmt und das Dach macht, dann rastet der aus. 100%. Nehmeckleine Dänis. Ich heiße nicht Dänis, ich heiße Dänis. Nehmeckleine Dänis. Nehmeckleine Dänis. Mit einem N-Unterschied. Dennis, muss ich dein Zimmer auch mit... ...muss bei deinem Zimmer auch ein Dach machen? Äh, ja. Oh, Mann. Ich dachte, du schläfst du gerne unter freiem Himmel. Tue ich generell gern, aber... Heute nicht. Heute nicht. Hä? Spinne ist kaputt. Und ich muss bis essen. Oh, lecker. Geh, du Besen. Ja, ich hab nur noch zwei. Ja, ich hab nur noch zwei genug essen. So, zwei genug essen. Ich hab auch zwei genug essen. Hast du noch genug essen? Ja, ich hab noch sieben. Grippe. Grippe, Grippe. Grippe. Ich mach die Hälfte Landschaft hier kaputt. Ja, hab ich mir auch schon ein bisschen gemacht. Die Mutter Natur wollte es so. Ne Witch. Ne Witch ist hier ne Witch. Als ernsthaft? Boah. Ja, jetzt schmeißt die Milch mit Sloane's ab. Weißt du was, bin... Boah. Oh. So, mir im Haus und ich hab' nicht schwert. Gib mir Swiftness. Denise, ich geh sterben. Geh mal sterben. Ich hab' nicht so was. Ja, ich sterbe geil. 19 Sekunden. Aber nicht so nicht so kann man durch Gift kill ähm sterben? Nein. Gut, ich weiß nicht, ob es eine 1,7 soll essen. Doch, nein, ich glaube nicht. Ja, verbrennt so um die. Verwähne, Verwähne, Verwähne. Oh, pio. Hab's war lappend. Ne, geh nicht. Ich weiß nicht, wo mein Haus ist. Wo ist denn mein Haus? Ich musste meine Rente die Stands hochstellen. Hochstellen. Wir haben kein Holz mehr. Ja, ich hab' ja gerade ein bisschen Holz geholt. Hä, wo bin ich denn? Hä, wo bin ich hingeschwommen? Hä? Ja, ist ein Epic-Failer. Ich geh' mal ein bisschen Bäume pflanzen. Haben wir Knochen? Ich hab' zwei. Und ich hab' drei. Hä? Alter. Wie kann man sich so leicht verlaufen? Tja. Wo in dieser Richtung hier? Was ist? Nichts. Nichts. Ich hab' nichts. Ich hab' nichts gesagt. Ich bin falsch. Ja. Was ist das? Ich hab' einen großen Baum gefloßt. Ja, Auto. Oh, ich bin ein Delfin. Ah, da wird jemand mit mir Delfin sein. Komm, Zombie. Ich hab' dich ausgetrickst. Haha. Delfintrick. Ich bin ein guter Delfiner. Delfiner. Ich versuch' nach Hause zu kommen. Du versuchst was? Ich dachte, du willst das. Ne, ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Ernsthaft? Ja. Aha. Ich hab' Alzheimer. Verdient. Ey. Ey. Übertreib's nicht. Was denn? Ich übertreib' nie. Ey. Sag' nichts. Übertreib' nicht. Ich übertreibe' nie. Ey. Übertreib' nicht. Buggy. Ey. Dann übertreib' nicht. Ey. Ja, ey. Übertreib' nicht. Ey. Übertreib' nicht. Übertreib' du nicht mit deinem Übertreiben. Ey. Übertreib' du nicht mit deinem Übertreiben. Ey. 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 um 10 Stühle wir sind wieder lustig hu 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 ne nicht wirklich Alter Alter was ist das denn für ein Leberbaum ich hab ihn jetzt mal weiß ich über 10 Kurschock ich bin grad voll weg Alter Boah Boah ey ich bin grad voll hip auf Soll ich schnell mal was Kohlers zeigen? Boah was denn Rück mal Escape Ja Dann geh auf Options Ja Geh mal rechts auf Super-Secret-Settings Huh? Bei mir ist das Buggy Waaah Oh Oh das sieht cool aus Wie zieht die Schnee? Warte bleib mal so stehen Bleib mal bitte so stehen Ja okay Ich bleib so stehen Ich nenn die Folge He is watching you Warum? Alter das wirst du sehen Ich schick dir das Foto gleich mal Alter Ah normal War normal? Ne doch nicht Ein bisschen dunkler Hey Minecraft hat sich geschockt So Ich werd jetzt Eintag mal so spielen Hallo und herzlich willkommen Zu umgekehrten Minecraft Ich laufe auf der Dicke Ich muss Ich muss Boah Alter ist das Abfuck Oh Äh Das ist nöde Äh Hallo Du bist auf dem Kopf Hallo Wir laufen auf die Dicke Wir können fliegen Ja Wir können fliegen Oh Gott Oh Gott Okay es leckt Oh Gott Kaputter Fernseher Ach Jetzt sind wir nur kaputte Fernseher Nochmal Oh Ich bin voll auf Drogen Boah Ich seh aber Boah So farbenfroh Ja Boah Am ersten Moment denkst du Boah Ist alles normal Was Was Kaputte Fernseher Ne Vernünftige Fernseher Oh Wo brauchst du denn ein Fernseher Ist ein Fernseher Oh Ich bin auf Drogen Oh Alles verbund Oh 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 Nein Das ist immer noch nicht normal Boah Alter Wann wird's normal? Ah Jetzt aber So Du brennst? Ja Ich hab aber gebrennt Warum? Hier war eins um mich Achso Wusstest du dass wir direkt eine Höhle hier haben? Nein Ach ja Wo ist dein Eisen? Wow Wo ist dein Eisen? Ich hab kein Eisen Du hast gesagt du hast ganz viel Eisen Nein Du hast gesagt du hast ganz viel Eisen gefunden Dennis komm mal mit ich brauche Verstärkung Naja ich Jaa Hier könnte man das denn schon auch weg machen ne Ja aber komm mal schnell mit Verstärkung Jaa Jaa Ich komme Vorsicht das sind 4,5,6 oder so I don't care Darin Wow Ok jetzt kann ich meine Sachen wiederholen Hey meine Sachen Ja so Boah Ähm das und das und das und das und das und das Du hast hier ne Eisenschaufel gemacht Nein das ist Marek Achso Ich hatte Marek ja irgendwann mal geklaut So So Bitte 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 Elektrotele Bitte bitte Ich stopp mal kurz die Aufnahme bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss